Die Staatsanwaltschaft Tübingen meldet für das Jahr 2015 mehr Ermittlungsverfahren als im Vorjahr. Mit rund 50.000 Vorgängen mussten sich die 27 Dezernentinnen und Dezernenten befassen. Die gute Nachricht, Mord und Totschlag waren kaum darunter. Nur zwölf Kapitalverbrechen beschäftigen die Staatsanwaltschaft, die für die Landkreise Karl, Freudlingen und Tübingen zuständig ist. 2014 waren es noch mehr als doppelt so viele. Bei den meisten anderen Deliktsarten, abgesehen von Steuerdelikten, gab es dagegen einen Anstieg. Der Brand eines Asylbewerberheims in Rottenburg. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelte gegen Unbekannt wegen Brandstiftung. Letztendlich wurde das Verfahren im Januar eingestellt. Der zunächst naheliegende Verdacht ein fremdenfeindlicher Hintergrund. Die aufwendigen Ermittlungen der Polizei führten aber zu dem Ergebnis, dass das nahezu auszuschließen ist und es sich alles darauf konzentriert, dass Fahrlässigkeit die Ursache für diesen Brand war. Der Brand war im Inneren ausgebrochen. Ein Brandbeschleuniger wurde nicht verwendet. Auslöser war wahrscheinlich eine weggeworfene Zigarette oder eine brennende Kerze. Ins Visier der Staatsanwaltschaft geriet auch das Tübinger Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik. Der Vorwurf hier, Tierquälerei im Rahmen der umstrittenen Experimente an Primaten. Der momentane Stand der Dinge ist der, dass zwischenzeitlich der polizeiliche Ermittlungsbericht vorliegt. Es wurden sehr, sehr viele Daten ausgewertet seitens der Polizei. Die schriftlichen Unterlagen liegen nunmehr vor. Und es wurde von uns ein Sachverständiger beauftragt, der nun mehr zu klären hat, ob die Affen möglicherweise hätten schon früher getötet werden müssen, um ihnen weitere Leiden zu ersparen. Doch das sind nur zwei von insgesamt knapp 50.000 Vorgängen, mit denen sich die Staatsanwaltschaft befasste. Dabei ermittelte sie gegen mehr als 25.000 Beschuldigte. Für die 27 Dezernentinnen und Dezernenten alle Hände voll zu tun. Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Wir haben erhebliche Vakanzen. Das heißt, bei uns sind nicht alle Stellen besetzt. Wir bräuchten an und für sich fünf Staatsanwälte mehr in der Behörde. Einen erheblichen Zuwachs gab es bei den vorsätzlichen Körperverletzungsdelikten. Knapp 2.200 Fälle. Die Anzahl der Diebstahl- und Unterschlagungsfälle überschritt im vergangenen Jahr wieder die 3.000. Auch die Internetkriminalität ist gewachsen. Vor allem Betrug und Untreue, aber auch Geldwäsche. Hier geraten oft auch ansonsten unbescholtene Bürger ins Visier der Ermittler. Sie haben einen unseriösen Job angenommen und machen sich unbewusst strafbar. Personen lassen sich engagieren als Finanzagenten, Warenagenten gegen Versprechen einer Provision. Leiten sie Gelder über ihr Konto weiter an unbekannte Dritte hinter dem Hintermänner oder nehmen Pakete für Dritte in Empfang. Und wundern sich nachher, wenn sie dann strafrechtlich verfolgt werden, weil diese Pakete, die Gelder, aus der Begehung von Straftaten stammen. Hier rät die Staatsanwaltschaft zu einem gesunden Misstrauen. Was Flüchtlinge angeht, so gibt es keine eigene Statistik der Staatsanwaltschaft, sondern nur eine persönliche Einschätzung von Oberstaatsanwalt Klose. Flüchtlingskriminalität bewege sich hauptsächlich im Bereich des Ladendiebstahls und des Schwarzfahrens, aber auch im Bereich der Körperverletzung bei Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkünften. Vielen Dank.